Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zum Impuls fürs Wochenende. Wir haben das Wochenende, also heute noch die Zwillingsmond-Energie, die Spiegelung. Die Spiegelung von was? Die Spiegelung von Ängsten. Ja, deswegen auch das Blockadendeck. Müsst ihr dann gleich mal gucken, wenn wir ziehen, ob das eure Blockade ist oder ob er die Blockade von einem gegenüber erkennt. Aber eigentlich haben wir hier die Spiegelung davon. Wir haben dieses Wochenende Tiefsinnigkeit, Tiefgründigkeit, die Möglichkeit durch die Portal-Tage, durch die Vollmond-Energie, durch, wir werden geschubst energetisch in den Wendepunkt, haben wir die Möglichkeit, tief in die Gefühle, in die Gefühlslage hinabzutauchen und als Tagesenergie dazu die Familienkarte, ja, ein familiäres Problem, ein Ahnenthema zu erkennen, wo wir Angst haben, Dinge frei fließen zu lassen, ja, was familiär mit in die Wiege schon gegeben ist und aufzulösen gilt. Das heißt, ihr trefft vielleicht auch dieses Wochenende Familienmitglieder oder größer gefasst, das hier ist auch die Seelenfamilie und bekommt eine Spiegelung, die euch ein Puzzlestück liefert, ja, ein Puzzlestück liefert, wo ihr sagt, Moment mal, wo es so Klick macht, das Puzzlestück, was gefehlt hat, damit ihr klar seht. Ja, das ist so die Möglichkeit, da haben wir wieder den Turm des Aufstiegs, die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und etwas im Licht zu erkennen, ja, was in der Tiefe verborgen lag. Und worum handelt es sich da? Um etwas, um eine blockierende Energie, ja, etwas, was euch blockiert hat. Dieses Wochenende gibt es die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und im Licht zu erwachen. Ein Puzzlestück, ein Puzzlestück zu einer Blockade wird überreicht. Etwas, wo ihr, wo es hakt, ja, weshalb ihr kein, ja, keine Veränderung erlebt, ja, der Wendepunkt, ne, ausbleibt. Da wird euch von einem Mitglied eurer Seelenfamilie am Wochenende ein notwendiger Impuls gegeben, der etwas aus der Tiefe ans Tageslicht befördert und, ja, euch dann die Möglichkeit gibt, ne, mit dem Aha-Effekt, ja, über euch hinauszuwachsen und eine Veränderung, einen Wendepunkt einzuleiten. Ich bin gespannt. Wir ziehen mal drauf und gucken mal, ob der ein oder andere schon ein Puzzlestück mitbekommen kann. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dieses Wochenende verabredet seid, ne, oder Besuch bekommt, zuhören. Ja, dieses Wochenende ist zuhören angezeigt. Dieses Puzzlestück in Empfang nehmen. Ja, hier schaut man, da haben wir schon, ich bin feige, ne, hier, Angst vor tiefen Gefühlen, ne. No, ich bin feige. Und das, was ich gesagt habe, ne, es wird euch ein Puzzlestück von wem anderes überreicht, ne, dass es hier auf euch zukommt, ja. Auf euch zukommt. Und das ist eine Spiegelung, ja, also bezieht das jetzt bitte nicht nur auf euren Wunschpartner, ne, sondern guckt bei euch selbst, ja. Da, ne, es fällt einem schwer, sich seinen Gefühlen hinzugeben, da, ne, Angst vor tiefen Gefühlen, Angst davor, Gefühle einfach fließen zu lassen, ne. Bei vielen ist das so, dass man dann Schwäche zulässt, ja, Angst davor hat, ne, Schwäche zu zeigen, ja. Ne, man muss stark sein, man muss sich behaupten können, ja, das ist ja hier noch Urzeitenergie, ne. Ne, und deswegen, ähm, dreht sich das Solaplexus-Chakra, ne, nicht weiter, ja. Deswegen kommen Dinge nicht in Bewegung, deswegen kommen Dinge nicht in Fluss. Ja, seinen Sehnsüchten freien Lauf lassen, ne. Hier ist es alles dieses frei fließen lassen. Aus Angst, ne, sich in etwas zu verrennen oder ein Luftschloss zu bauen, das am Ende zerplatzen wird wie eine Seifenblase, ne. Immer nur das kurze Glück zulassen und ausleben, ne, und dann, wenn es in die Tiefe gehen soll, ne, setzt der Fluchtreflex ein, ja. Den eigenen Emotionen nicht trauen, weil die einen vielleicht schon mal in die Irre geführt haben, in die Irre geleitet haben, ne. Wenn man dann zum Beispiel auf einen Seelenpartner getroffen ist, ja, wo man Tiefe zugelassen hat und dann wurde man aber getriggert auf dieser Ebene, ne, und noch tiefer, geh tiefer, geh tiefer, geh tiefer, herstell dich dem, ne. Ähm, das hat dann ein Autsch gegeben, ja, dann zieht man sich in sich zurück, ne, und lässt diese Tiefe einfach nicht mehr zu, ja, das haben wir hier so dieses Wochenende. Ja, man traut dann seinen eigenen Gefühlen nicht mehr, ja. Und dann ist das Glück durch Feigheit gelähmt, ne. Ja, gerade gefallen, die sexuelle Blockade, ne, das haben wir hier dann auch gleich noch mitliegen, ja, dass für Sexualität tiefe Gefühle notwendig sind, ne. Und das heißt, ähm, dieser oberflächliche Sex, ja, den der andere vielleicht will, sucht, ne, auf der Suche nach dem schnellen Glück hatten wir ja, dass männliche in den letzten Legungen liegen, ne. Auf der Suche nach dem schnellen Glück, ja, bloß, bloß nicht in die Tiefe gehen, ne, das löst dann aber bei, ähm, der Weiblichkeit, ne, eine Blockade aus, ja, weil die Weiblichkeit sagt, ne, warte mal, ne, das ist, ähm, ich bin hier, ihr wisst, ne, keine Ziegel, kein Erholungsort für steif gewordene Glieder, keine Gummipuppe, ja, also ich brauche da schon ein bisschen Tiefe, ne, um Sexualität frei fließen lassen zu können. Ähm, das ist, für mich gehört Sexualität nicht zum, ähm, zum Essen, sondern für mich ist Sexualität ein Einlassen, ein Verbinden, ne, ein, ähm, ein, ähm, miteinander verschmelzen. Und das möchte ich nicht, äh, mit jedem, dem ich gerade mal beim Einkaufen treffe, ja, nur weil der gerade in dem Moment eine Bedürfnisbefriedigung sucht, wie, ich brauche jetzt ein Brötchen, ne, eins, äh, Innerhose und vom Bäcker, das nehme ich auch gleich noch mit. Hahaha, ja, da trifft dann Blockade auf Blockade, ne. Und deswegen hält man dann, ne, kommt irgendwann an den Punkt, wo man dann auf diese Art von Sexualität überhaupt gar keine Lust mehr hat, weil die bringt einem ja gar nichts, ne. Die bringt einem überhaupt nichts, das ist, äh, ja, eine kurze Suchtbefriedigung, die ist in fünf Minuten vorbei und dann, ja, schönen Dank auch, ne. Danke für dieses unbefriedigende Erlebnis, ne. Hahaha, ja. Und dann fängt man an, den anderen auf Distanz zu halten, ne, weil die nötige Tiefe fehlt, ne. Die emotionale Ebene fehlt. Ja. Und dann fängt man an, sich vor Enttäuschung zu schützen, ne. Ja. 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 Und dann verliert der Andere, ja, an Lust, weil der Andere, diese Blockade, in diese nötige Tiefe zu gehen, nicht durchbrechen will, weil, äh, da zu viel Feigheit ist, ja, äh, zu viel Lähmung, ne, das, ähm, auf das Einlassen, ne, sich auf die Gefühlsebene einzulassen. Ja. Dann rutscht man in den Pessimismus und fängt an, sich zu wehren. Ja, weil, ähm, das dann ein Punkt ist, da ist ein, der Endpunkt erreicht, wo man das Herz wieder, ne, damit es weitergehen kann, ne, müsste man das Herz wieder öffnen, ne, sich auf der emotionalen Ebene einlassen und, ähm, da ist zu viel Angst, ja. Möchte da nicht, äh, ausgesaugt, ausgelaugt werden, am Ende dann, äh, wieder derjenige sein, der verletzt ist, ne. Ja. Ja. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Neues, ne. Da haben wir die Blockade, auf die ihr trefft, ne. Ich bin zu feige, mich auf der emotionalen Ebene einzulassen, ja. Ich bin da pessimistisch, ähm, meine Herz in die Heilung zu schicken, weil ich, äh, nicht an die Liebe und das Glück glaube. Ich glaube nicht daran, dass ich vertrauen kann und mich öffnen kann. hinterher bin ich bestimmt der, äh, zurückgelassene Arsch, der sich zum Trottel gemacht hat und über den dann die Welt, äh, lacht, ja. Außerdem habe ich dann auch noch Schmerz und, äh, sitze alleine in dem Kummer und dem Gram und den Schmerz. Trifft auf, ja, es tut mir leid, aber, ähm, dieses, äh, oberflächliche Geplänkel, ne, Ziegen, Gummipuppen, äh, fünf Minuten Bedürfnisbefriedigungsgeplänkel, das, äh, macht für mich auf Dauer keinen Sinn, ja. Ich bin in der Weiblichkeit und für mich ist das mehr als, äh, oberflächliches, kannst du mir mal das Salz reichen, ja. Ich brauche für meine sexuelle Verbindung eine gewisse Tiefe, ja, weil mir soll das Kraft und Lebensfreude geben, mir soll das Verbund, das Gefühl der Verbundenheit geben, dass ich gehe in die Sexualität, um mit dem anderen zu verschmelzen und das Gefühl von Nähe zu verstärken und demjenigen etwas zu schenken, was eben halt nicht jeder von der Straße von mir haben kann. Was? Panik, 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 Panik! Panik, 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 Panik zwischen Seelenpartnern frei fließen dürfen und damit in der sexuellen Vereinigung etwas, wie soll ich es nennen, Feuerwerk. Ein Feuerwerk ins Energiefeld geben, ein Feuerwerk, ganz viele Lichtkugeln, Explosionen, Anhebung vom Erdgitternetz, Frequenzerhöhung. Das funktioniert natürlich nicht, wenn das Herz nicht mit dabei ist. Ihr wisst, Energien fließen übers Herz, wenn das Herz nicht mit dabei ist und es um Bedürfnisbefriedigung geht. So, ich habe dich fünf Minuten beglückt, sei glücklich, roll mir den roten Teppich auf, setz mir die Krone auf für die Gnade, dass ich dich fünf Minuten beglückt habe. Das göttlich-weibliche sagt, genau, aber sonst geht's. Und wenn es ein gesundes göttlich-weibliches ist, wenn das göttlich-weibliche noch seine ganzen Themen getriggert bekommen muss, da die Wertigkeit fehlt, die Selbstliebe fehlt und da selber die Krone fehlt, dann macht das göttlich-weibliche da noch den Bückling. Und dann passiert das tatsächlich, das göttlich-weibliche macht den Bückling und setzt den Beglücker die Krone auf und rollt den Teppich raus für fünf Minuten Gnade der Aufmerksamkeit. Das ist aber nur eine Phase. Der eine hockt länger da drin, bis die Themen genug getriggert sind, dass sie an die Oberfläche kommen. Der andere kommt schneller daraus. Jeder in seinem Tempo, wisst ihr. Aber das endet immer an dem gleichen Punkt. Das ist das, was in der Dualseelenwelt, in der Seelenpartnerwelt halt eben aufgelöst werden darf. Und das trifft dieses Wochenende, ja? Das trifft dieses Wochenende. Entweder, ich sehe, das Bild, was mir gegeben wird, ist Knoten platzen. Knoten platzen zum Thema Missbrauch der sexuellen Energie. Ja. Man bekommt eine Klarheit darüber. Ja, man versteht, man geht tiefer rein. Und an welchem Punkt ihr da noch steht, wo noch eine Thematik angetriggert werden darf. Oder ob ihr schon die Krone aufhabt und sagt, du, ich kenne meine Anziehungskraft auf dich. Und dass ich bin Ziege, ich bin Gummipuppe, ich bin Brötchen, ich bin Erholungsort für steif gewordene Gliederthema, hat sich für mich erledigt. Ja, weil mir jetzt einfach bewusst geworden ist, dass ich viel mehr als das bin und dass ich genau auf dieser Ebene Sexualität einfach auch leben möchte. Ja, in Form von Tiefe, in Form von tiefen Gefühlen, in Form von Verschmelzung, ja, und Verbindung. Und wenn du da Angst vor hast, also fütter ich diese Angst nicht mehr, ich nähere sie nicht mehr, indem ich dir halt eben nochmal Ziege, Brötchen, Gummipuppe, Erholungsort für steif gewordene Glieder mache. Diese Art der Erniedrigung, damit du deine Angst ausleben kannst, fütter ich nicht mehr. Punkt, das war's, mehr kommt da nicht. Krass. Und das ist auch das, was wir im Venus- und Marsch-Orakel hatten, ne? Wenn dieserjenige welche, na, wir haben im Venus- und Marsch-Orakel gesagt, dass das sich allgemein im weiblichen Energiefeld jetzt ausdehnt, ja, das weibliche Energiefeld, da, weil es halt im Energiefeld ist, eine kollektive Energie ist, ja, dieses Karma auflöst, und sich, ähm, jetzt wird mir eine Blume gezeigt, ja, entfaltet, ja, seine Schönheit erkennt und entfaltet, ähm, bleibt's natürlich, es bleibt dann nichts anderes übrig, ja, als diese Angst, diese Feigheit zu überwinden. Weil, wenn das, äh, göttlich-männliche dann jetzt, dumm, 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 ne? Zum nächsten Weibchen tapert, in der Hoffnung, äh, dass die, dass das nächste Weibchen dann dem Bückling das Brötchen, die Gummipuppe oder die Ziege macht, und dann wieder auf, äh, das gleiche Urbedürfnis trifft, ja, ja, weil das ist, das ist die Urenergie, ne? Die Urenergie, die, ähm, in der Vergangenheit dann flöten gegangen ist, ja, die wieder aufgebaut werden darf, die flöten gegangen ist durch, ja, ganz früher, ne, Haare im Haltung, ne, Mietressen, Konkobinen, ja, dann, ähm, durch, äh, die Porno-Industrie und so weiter und so fort, ja. Ähm, jetzt zum nächsten Weibchen tapert, ne, und, äh, da dann das gleiche wieder erfährt, wird früher oder später nichts anderes übrig bleiben, als, äh, das, da, als da in die Akzeptanz und die Annahme zu gehen, ne? Und entweder überwindet das männliche Gottesfeld das, ne? Oder es steht am Ende ziemlich alleine da. Ja. und an, äh, 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 wird es hier wieder eine dementsprechende, äh, ein dementsprechendes Erwachen und eine dementsprechende Erkenntnis geben, ja. Ob nun bei euch oder bei einem anderen Weibchen werdet ihr, ähm, das Wochenende selber sehen, ja. Aber es wird hier, die, das rein Sexuelle wird hier blockiert. Durch Bewusstwerdung, ja. Durch Bewusstwerdung, durch Erhebung, durch, ähm, die Annahme der eigenen Kraft und Macht. Durch das Erheben aus dem Brötchenzustand. Ha, okay. Ja, Ja, super. Super, super, super. Die weibliche Energie steuert in Richtung Wertigkeit. Wertigkeit. Und macht ihren Frieden mit den eigenen Idealen und Werten. Und verkauft die Seele nicht mehr. Für ein Brotkrum, für ein Bröckchen. Für ein Schilling auf der Bettkante. Na, das gibt doch zu hoffen, würde ich sagen. Oder ihr Hübschen? Das gibt doch zu hoffen und das ist, äh, Vollmondwochenende. Ja, und es ist nicht irgendein Vollmond, es ist der Vollmond, der den Wendepunkt einleitet. Und ich persönlich finde jetzt ganz klar, was mit diesem Vollmond losgelassen wird und was hier, äh, der Wendepunkt bedeutet, ja. Und da bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, ein Hoch auf das weibliche Gottesfeld. Da verteilen wir mal ein paar Kronen, ja. Nehmt sie an, nehmt sie auf, setzt sie auf, steht euch gut. Bis morgen, ihr Hübschen. Bis dann. So, so schön. wenn man wir wissen das ist du